Heute heißt es wieder, schlechte Lage, trotzdem teuer. Ich habe mir das extra hier aufgeschrieben, falls ich vergesse, wie unser Podcast heißt. Nein, natürlich nicht. Wir haben letztes Mal schon angekündigt, wir haben jetzt neue Moderationskarten. Und vielleicht, wenn Sie sich hier so im Bild ein bisschen umschauen, wir haben nicht nur neue Moderationskarten, es hat sich auch in unserem Setup einiges getan. Ich kann nämlich sagen, wir sind raus aus meinem Wohnzimmer und wir sind rein in unser neues Büro. Und genau, letzte Woche ist eine Folge ausgefallen, weswegen wir jetzt ab dieser Woche richtig Gas geben. Und die Folge ist ausgefallen, wir hatten das auf Social Media schon angekündigt, weil wir einfach mittendrin waren, hier umzubauen. Und es sah hier einfach aus wie ein absolutes Schlagfeld, da müssen wir ganz ehrlich sein. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir müssen einfach mal eine Woche ausfallen lassen. Und Jils hat auch gesagt, das machen die großen YouTuber auch. Das können wir uns auch mal erlauben, einfach mal zu sagen, ey, wir müssen es um ein paar Tage verschieben. Wir freuen uns aber, dass wir wieder da sein können. Und wir können euch auch sagen, ich meine, wir halten heute die Mikrofone noch so ein bisschen in der Hand. Wir haben gerade so überlegt, na, was könnten wir erzählen, warum halten wir die Mikrofone in der Hand? Aber wir wollen ganz ehrlich sein, wir konnten uns bisher noch nicht für den Tisch entscheiden, deswegen, wir haben noch keinen Tisch hier stehen. Ich denke, ab der nächsten oder übernächsten Woche werden wir dann die Mikrofone wieder fixiert haben. Aber ich glaube, es ist eigentlich auch ganz professionell. Ich fühle mich heute wie so ein rasender Reporter, wenn ich dieses Mikrofon hier halten kann. Und auch ich kann, wenn ich mich drehe, das funktioniert wunderbar. Wir haben heute wieder ein Thema mitgebracht. Und das Thema ist tatsächlich heute relativ allgemein. Wir wollen nämlich ein bisschen über Berlin quatschen. Nicht über Berlin, über die Stadt, sondern wirklich über die einzelnen Szenen, über die Bezirke, über die einzelnen Stadtviertel. Und bevor wir das machen, habe ich eine kleine Aufgabe, beziehungsweise eine kleine Challenge für sie da zu Hause. Mama, wenn du das jetzt auch hören solltest, du darfst leider nicht mitmachen, weil du weißt, wo das Ganze ist. Aber vielleicht sind einige von ihnen über einen Werbebanner auf uns aufmerksam geworden. Und gucken deswegen hier rein. Und für alle anderen, die uns schon seit ein paar Folgen vielleicht zuhören oder zuschauen. Wir haben in Berlin ein ganz großes Banner zu hängen, wo wir einfach ein bisschen Werbung machen wollen für uns, für unseren Podcast. Einfach so ein bisschen unter die Leute kommen können. Hoffen, dass wir irgendwie Sie als Zuschauer da Hause irgendwie, ja, dass wir ein Interesse bei Ihnen wecken, dass Sie Interesse daran haben, uns zuzuhören. Und genau um dieses Banner geht's. Wenn Sie nämlich dieses Banner sehen sollten, schicken Sie uns über irgendwelche Social Media Kanäle einfach ein kurzes Foto. Und für die erste Einreichung über dieses Banner gibt's von uns eine gar nicht so kleine Überraschung. Ich würde sagen, eine mittelgroße Überraschung. Perfekt. Da war wieder mein Wort perfekt. Mir wurde gesagt, ich sag oft perfekt, aber ich find auch alles perfekt. Gut, wir starten rein. Berlin. Wir hatten schon mal eine Folge, wo wir uns so ein bisschen gestritten haben. Jils und ich haben nämlich so ein bisschen darüber philosophiert, wann ist man eigentlich Berliner? Und ich hab gesagt, ich bin Berliner durch und durch. Ich bin hier geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Und Jils gehört so zu der Kategorie zugezogen. Ich glaube, zu Hause bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ist auch der eine oder andere vielleicht zugezogen. Und genau das wollen wir heute mal besprechen. Und zwar wollen wir über die verschiedenen Stadtviertel in Berlin sprechen. Wie nimmt man das wahr, wenn man vielleicht erst so seit drei, vier, fünf Jahren in Berlin wohnt? Diese Rolle wirst du jetzt quasi heute übernehmen. Und ich werde so die Rolle übernehmen, wie nehme ich das wahr so als Berliner? Bin ich überhaupt in dem Viertel unterwegs? Wie war das vielleicht früher? Wie ist das heute? Wie ist so der Wandel? Weil es ist ja natürlich in vielen Vierteln in Berlin der demografische Wandel eingetreten. Beispielsweise können wir vielleicht mal öffnen. Kreuzberg war früher so, ah, Kreuzberg, schwierig, schwierig. Heutzutage ist Kreuzberg ein absolutes Zeneviertel. Und genau darum soll es heute gehen. Und ich habe jetzt schon relativ viel gequatscht. Und zu meiner linken Seite, wahrscheinlich auch zu Ihrer linken Seite, sitzt mein reizender Kollege, der Herr Schepanek, der Jils. Und genau, der wird heute den Part des Zugezwungenen übernehmen. Vielleicht eröffnen wir einfach mal. Wie lange bist du denn jetzt schon in Berlin? Wo hast du überall gewohnt? Und wo wohnst du denn jetzt? Ja, hallo zusammen. Ich habe mich jetzt lange zurückgehalten. Du hast ganz schön viel geredet, Nico. Danke. Aber es ist schön, du sagst übrigens nicht nur irgendwie, sondern du sagst auch ganz oft, sag ich mal, als Beispiel. Und da zähle ich heute mal mit, habe ich schon gesagt, hinter den Kulissen. Wir werden nämlich auch einen kleinen Vlog starten. Und da habe ich vorhin schon in die Kamera geflüstert. Ich zähle heimlich mit, was Nico hier von sich gibt. So, wo habe ich gewohnt? Ich bin nach Berlin gekommen 2017 und habe ein Jahr in Langwitz gewohnt. Das ist für alle, die es vielleicht nicht kennen von außen, das ist so südlich in Berlin bei Steglitz. Also wird auch noch zum großen Bezirk dort gezählt. Erzählen wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr drüber. Dann bin ich von dort in eine WG mit meinem besten Kumpel nach Mitte gezogen. und dann bin ich jetzt aufs Land, neun Kilometer von hier, nach Brandenburg gezogen. Also jetzt bin ich kein Berliner mehr. Ich bin kein Wahlberliner mehr. Bei uns in Berlin sagt man ja auch so ein bisschen, wenn man, sag ich mal so, da war wieder, sag ich mal, ich zähle sogar selber schon mit, wenn man über 30 ist und aus Berlin wieder rauszieht, dann steht irgendwie was an. Ja? Das sagt man so, tatsächlich. Ehrlich? Weil du, also aus meiner Generation, ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen in Brandenburg, weil meine Eltern mit etwas über 30, Traum von Eigenheim und dann kam ich quasi auf die Welt, stand Nico an, ja. Ja, das ist so, das sagt man in Berlin, dass, naja, wenn man dann wieder rauszieht, dann Haus, Hof, Gartenzaun, vielleicht ein Hund und vielleicht ein Kind. Aber falls jetzt, falls jetzt deine Freundin zuhört, nicht, dass ich wieder Ärger kriege. Nee, die schaut im Podcast nicht. Die unterstützt mich anders. Nein, aber, also, Hof stimmt schon, Kind noch nicht. Mal gucken. Aber das war nicht der Grund, sondern tatsächlich die Entscheidung, dass wir so weit auseinander gewohnt haben. Und Berlin ist groß. Berlin hat viel Verkehr. Werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen heute. Und das war dann schon immer eine Stunde mindestens Fahrzeit. Und das muss man sich überlegen. Ich habe in der Mitte der Mitte gewohnt. Also wirklich sehr, wenn du in Berlin einen Punkt setzt in der Mitte, dann war meine Wohnung sicherlich in einem Umkreis von einem Kilometer irgendwo da drin. Und du fährst halt bis an die Stadtgrenze zum Teil eine Stunde, je nach Verkehr. Und das kann dann natürlich schon schlauchen, wenn man sich sehen will unter der Woche. Und deswegen bin ich jetzt Wahlbrandenburger. Ab wann man Berliner ist, können wir uns auch drüber streiten. Und das hatten wir letztes Mal ja auch schon. Ich habe aber schon, ich denke, einiges von Berlin jetzt auch sehen dürfen durch das Immobiliengeschäft eben. Weil da kommt man natürlich rum. Du sagst immer so schön, naja, wissen Sie, mich könnte man blind irgendwo in Berlin aussetzen. Und ich könnte dir sagen, aufgrund irgendwie der Bauten, aufgrund der Immobilien, aufgrund vielleicht auch, weiß was ich, der Menschen. Der Menschen, ganz sicher der Menschen. Dass ich weiß, wo ich bin. Das Ganze würde ich mal gerne challengen. Und zwar, ich sage, du würdest nicht den Unterschied zwischen Hellersdorf und Marzahn erkennen. Würde ich wahrscheinlich sogar mitgehen. Ich würde, also innerhalb der Ringbahn, da würde ich, glaube ich, viele, viele Bezirke treffen oder den Nachbarbezirk. Doch, doch, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Nordwest, Südost, das würde ich schon grob einordnen können, ja. Ja, allein anhand der Bauten und auch der Wahrzeichen, muss man ja auch ganz klar sagen. Also irgendein Wahrzeichen hat man immer oder eine impressionistische Straße. Du hast gerade die Gentrifizierung angesprochen. Also wenn jemand mit einer G-Klasse an mir vorbeifährt, dann einen Kinderwagen für 3000 Euro aus dem Kofferraum holt, und Klamotten anhat, die aussehen wie Secondhand, aber 6000 Euro kosten und dann Englisch spricht, dann weiß ich, ich bin in Mitte. Ja, da bist du nicht in Marzahn. Tatsächlich habe ich jetzt Marzahn-Hellersdorf mit Absicht als erstes gepickt, weil das war vor vielen, vielen Jahren waren das mal zwei Bezirke. Mittlerweile haben sie das zu einem Bezirk gemacht. Das hat halt natürlich auch so, sage ich mal, so ein bisschen den Grund, dass es halt relativ ähnlich ist. Beide Bezirke sind dafür bekannt, dass es sehr grün ist. Es gibt sehr viele Waldflächen. Du sagtest irgendwie Sehenswürdigkeiten, daran würdest du irgendwie einen der Bezirke erkennen. Ich glaube, die Sehenswürdigkeiten Marzahn-Hellersdorf ist, glaube ich, Gärten der Welt. Gärten der Welt ist so ein riesiges Areal mit auch einer riesigen Bühne, wo auch regelmäßig Konzerte und Auftritte sind. Tatsächlich durfte ich da auch schon mal auftreten, deswegen kenne ich mich da so ein bisschen aus. Das wäre allerdings ein Bezirk, da könntest du mich als wirklichen Berliner aussetzen. Und ich glaube, ich würde ohnehin die Hunden da wie verloren gehen. Ich glaube, da würde ich nicht mal mit den Ortsschildern klarkommen. Ich glaube, ich wäre dann irgendwann auch in Brandenburg und ich glaube, ich wäre einfach verloren. Weil das ist für mich einfach eine Weltreise auch daraus. Ja, das, ich glaube, ich habe gerade auch nochmal überlegt. Du hast natürlich auch Bezirke, wenn du mich jetzt aussetzt, mir die Augenbinde abnimmst. Und ich könnte sicherlich in manchen Gegenden nicht zwischen Steglitz und Langwitz unterscheiden. Beides sehr alte Stadtvillen. Es wäre schon ein Unterschied zum Grunewald zum Beispiel. Aber ich könnte auch in Fronao sein im Norden im Vergleich zu Langwitz oder Steglitz, weil da ähnliche, schöne, große Gründerzeithäuser stehen. Also, ja, ich würde die Trefferrate trotzdem. Ich würde die Challenge annehmen und sagen, ich versuche es, weil du hast natürlich auch markante Gestalten in Friedrichshain, die jetzt nicht zwingend dir in der Dichte in anderen Stadtteilen von Berlin zum Beispiel über den Weg laufen oder auch in Prenzlauer Berg. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. Ich bin gespannt. Machen wir doch mal. Wir machen ein Blogformat. Wir machen ein Blogformat daraus, dass wir dem Jils eine Augenbinde oder irgendwie ein ganzes Säckchen über den Kopf ziehen. Und dann voll vom Kopf hauen. Und dich einfach mal irgendwo aussetzen und mal Zahnheller ist drauf und dann einfach wegfahren und dir das Handy wegnehmen. Und du musst wieder hierher finden. Ich muss mich durchfragen. Ja, genau. Das finde ich gut. Okay, lass uns wechseln zum nächsten Bezirk. Und ich werde dir nicht verraten, was dieser Bezirk ist. Aber du musst selber drauf kommen. Und zwar, der Bezirk, den wir jetzt suchen, ist eigentlich so der umstrittenste Bezirk. Die Personen, die dort wohnen, sind sehr stolz drauf, dort zu wohnen. Die Personen, die dort nicht wohnen, halten nicht so viel davon. Den Bezirk trennt zum Rest der Stadt eine relativ lange Straße. Welchen Bezirk suchen wir? Eine relativ lange Straße trennt. Ich war die ganze Zeit beim Prenzlauer Berg. Am Anfang war ich noch, als wir noch nicht so viel geredet haben, das war ich bei Schöneberg auch. Weil Schöneberg ist auch wahnsinnig konträr und umstritten. Der Prenzlauer Berg ist das absolute, die Hipster-Hochburg, wo er unglaublich gentrifiziert wurde. Aber ich habe jetzt bei langen Straßen, ich denke an die Herrstraße, ich denke an die B96, ich denke an die Frankfurter Allee. Die richtige Straße war dabei. Oh, okay. Also du warst mit beiden Bezirken nicht richtig. Ich gebe dir noch einen dritten Hinweis. Ich glaube, Berliner wissen, von wovon ich rede. Westend? Ich gebe dir noch einen dritten Bezirk. Und zwar, die Leute, die dort nicht wohnen, sagen, der Bezirk gehört nicht zu Berlin. Spandau. Spandau. Okay, Spandau-Damm ist natürlich auch eine Straße. Okay, Zitadelle. Es ist quasi, wenn du am Olympiastadion vorbeifährst, fährst du gefühlt 28 Kilometer nur geradeaus, bis du in Spandau bist. Und wenn du denkst, du bist in Spandau, dann bist du eigentlich schon in Falkensee. Dann bist du quasi schon raus. Manche sagen auch da, Berlin bei Spandau. Ja, genau. Oder Spandau bei Berlin. Der wird vielleicht gerade außerhalb von Berlin. Ich glaube, wenn man jetzt in Köln oder in Münster oder so außerhalb wohnt, wird man mit Spandau nicht viel anfangen können. Allerdings gibt es gerade ein Online-Phänomen. Und zwar wurde eine neue Fußballliga gegründet. Von Mats Hummels und Lukas Podolzki und noch mehreren anderen Fußballern. Und dort gibt es einen sehr, sehr bekannten Streamer, der dort eine Mannschaft gestellt hat, Eintracht Spandau. Und sorgt gerade mega für Furore, absoluter Internet-Hype, hat irgendwie mittlerweile schon über 30 Millionen Klicks darauf, auf dieses Eintracht Spandau, weil er auch eine eigene Hymne hat. Und er sagt auch immer, Mensch, wir kommen von der Zitadelle, Spandau ist so grün, wir gehören gar nicht zu Berlin. Macht sich halt auch so ein bisschen darüber witzig. So könnte das vielleicht so ein bisschen den einen oder anderen auch bekannt sein. Ich glaube aber tatsächlich, wenn du von außerhalb kommst, aber mal in Berlin warst, ist Spandau dir, wenn du aus dem Westen kommst, nicht aus dem Süden, also sprich von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, fährst du auch öfter mal über Spandau oben rein. Oder auch alle Leute, die eben mit dem Zug fahren, ist genau das Gleiche, weil die fahren in der Regel immer über Spandau rein. Also zumindest jetzt nicht von den Straßen, wie es dort aussieht, aber das ist schon ein Begriff, glaube ich, bei den Leuten. Ja, was an Spandau ja so skurril und so spannend ist, dass es ja wirklich eine eigene Stadt in der Stadt ist, weil es halt wirklich so abgetrennt ist. Es liegt irgendwie gefühlt an Brandenburg, aber es ist an sich so eine eigene kleine Großstadt mit einer komplett eigenen Altstadt, mit einer eigenen Infrastruktur. Also Spandau funktioniert so ein bisschen auch ohne den Rest von Berlin. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum man auch so als Berliner sagt, nee, das ist Spandau, wir sind Berliner. Ja, kann schon sein. Also ich bin wahnsinnig oft da, weil ich eben da auch in der Nähe wohne. Ich kann da recht schnell hin. Die Arkaden sind super zum Einkaufen. Ich kann dort mit dem ICE direkt Richtung Köln und Dortmund fahren. Ich komme mit dem Flughafen-Express direkt rüber. Also in 18 Minuten bin ich an den wichtigsten Punkten Berlins, also in Mitte in Charlottenburg vorher und dann später Gendarmenmarkt Ostkreuz. Das heißt, logistisch top. Wir machen mal weiter mit dem nächsten Bezirk und der nächste Bezirk, die waren auch mal getrennt. Einen dieser Bezirke kennt man durch einen alten Flughafen. Nicht den, der vor kurzem geschlossen hat, sondern den, der vor einer ganzen Zeit geschlossen hat. Ich glaube, 2007 haben sie dort die Pforten geschlossen. Dort war ich noch ganz jung, aber ich weiß aus Geschichten meiner Eltern, dass dort auch von dort geflogen wurde. Der Bezirk, den wir suchen, sage ich dir jetzt schon, da müssen wir nicht raten, ist Tempelhof Schöneberg. Und mich würde als allererstes mal interessieren, du hast nämlich vorhin, als wir Spandau gesucht haben, an Schöneberg gedacht, weil du meintest irgendwie konträr. Wie kommst du darauf? Also was macht für dich Schöneberg irgendwie ein bisschen konträr? Ich bin, ich habe ja in Langwitz gewohnt und dadurch bin ich, als Dortmunder ist man auch überzeugter Autofahrer, bin die Anfangszeit, weil eben in Mitte unser Büro war damals, von der Firma, wo wir uns auch kennengelernt haben, bin ich mit dem Auto gefahren und wir sind, ich bin immer von… Du meinst die Firma mit dem großen Haar? Das klingt gefährlich, mit dem blauen Haus, was auch immer. Ich bin dort immer mit dem Auto gefahren und dann fährst du ja eben komplett am Tempelhofer Feld hoch, Richtung Norden und dann fährst du eben nach Kreuzberg rein, also am Meringdamm. Und da fährst du am Tempelhofer Feld entlang und bekommst, finde ich, diese ganze Achse mit und siehst auch, nennen wir es mal wirklich Block, also jede größere Kreuzung, Block für Block, wie es sich ein Stück weit verändert von, ich würde jetzt mal Industrie- oder gewerbliches Arbeiterviertel, dann kommt irgendwo das, ich glaube, es ist das LKA oder es ist das BKA, da musst du mir jetzt helfen, gegenüber, es ist eine große Bundesbehörde und dann kommt man zu großen Kreuzungen und dann geht es Richtung Meringdamm und dann sieht man schon, wie es hipper wird, immer mehr. Ja, und das hat so ein bisschen den Kreuzberg-Vibe dort schon. Richtig, genau. Und dann wohnt eben eine gute Freundin von mir, wohnt in Schöneberg. Ich kenne Schöneberg auch ganz gut, die schönen Ecken, also da trifft das Wort auch wirklich zu. Und das hat wirklich Flair mit dem Park, mit dem Monument oben, wo du hochlaufen kannst im Sommer. Du hast wahnsinnig viele tolle Läden, du hast tolle Altbauten, also es ist auch, jetzt wenn man auf den Immobilienmarkt mal kurz zu sprechen kommt, eine der sehr, sehr teuren Ecken in Berlin. Also du hast tolle Sachen, du hast den Euref Campus, also es ist auch wirklich ein sehr, sehr innovatives Wirtschaftszentrum. Du hast aber natürlich auch in Schöneberg mit der Potsdamer Straße und der Potsdamer Straße und der Potsdamer Straße natürlich auch eine sehr verruchte Ecke, also eine sehr, ja auch typische Ecke Berlins. Ich würde sie gar nicht jetzt negativ wegzählen wollen, sondern es macht auch den Charakter aus und dadurch hast du für mich dieses Schwarz und Weiß. Also du hast in Schöneberg hast du alles, also alles, was in so einer Großstadt zu finden ist, hast du in Schöneberg in einem Bezirk. Ne, du hast absolut recht. Ich finde auch, also wenn man mal auf Tempelhof zu sprechen kommt, natürlich alter Flughafen Tempelhof, ich glaube Leute, die außerhalb von Berlin kommen, werden Tempelhof halt wirklich nur kennen wegen diesem Flugfeld, weil man da ja wirklich komplett rauf kann und komplett irgendwie mit dem Aller rumfahren kann, Drachen steigen lassen kann und Co. Oder weil sie mal auf einem Konzert waren, in der Kolumbiahalle oder so. Ja, genau. Ansonsten kennt man vielleicht von Tempelhof wirklich noch den Mehringdarm, weil dort die Hauptstation von Curry 36 ist und Mustafas Gemüsekebab. Ich glaube, das sind so die Hotspots. Ich glaube ansonsten auch so als Berliner, klar, Tempelhof ist irgendwie ganz cool, aber auch so als Berliner, wenn du nicht aus Tempelhof kommst, dann hast du da jetzt auch irgendwie kein Herz für. Bei Schöneberg ist das jetzt in meinem Fall ein bisschen anders, weil ich tatsächlich in Schöneberg geboren bin und ich habe noch einige Freunde, die auch in Schöneberg wohnen und auch für immer in Schöneberg wohnen bleiben, weil in Schöneberg wohnen, meiner Meinung nach sehr stolze Menschen und gerade so zwischen, ich sage mal zwischen Innsbrucker Platz und Julius-Leber-Brücke, diese Hauptstraße hoch, das ist halt so wirklich noch so das alte Berlin. Da sind wirklich noch die alten Kneipen, die Häuser, die alten Balkone, die Altbauten, wie du sie angesprochen hast. Das ist wirklich so irgendwie, das ist West-Berlin in den 60er, 70er, 80er Jahren, was da noch so ein bisschen lebt, natürlich alles ein bisschen saniert, aber wenn man da so durch die Straßen und durch die Gänge und sowas läuft, da finde ich, kriegt man so ein kleines Bild, wie war Berlin früher, wie hat Berlin früher ausgesehen und das finde ich irgendwie ganz spannend. Du hast es ja auch in den Immobilienpreisen, also Schöneberg ist glaube ich eins der Viertel, wo man, oder einer der Bezirke, muss man ja sagen, in Berlin gibt es ja zwölf Bezirke, richtig? Ja. Bevor ich mich jetzt vertue, nee, es sind zwölf große Bezirke. Es waren mal deutlich mehr, aber wie gesagt, so Sachen wie Tempelhof und Co. wurden halt zusammengeführt. Richtig, genau. Und es sind zwölf eben große Bezirke und die haben dann ja wiederum viele Stadtteile, ich glaube 100, jetzt habe ich mich nicht aus dem Fenster, 102, 112, irgendwo so, also über 100. Und was ich sagen wollte, ist, dass in Schöneberg, anders als in den meisten Bezirken von diesen zwölf, du eine unglaubliche Spanne an Kaufpreisen pro Quadratmeter auch hast. Also du hast in Schöneberg knapp über 3.000, sagen wir mal 3.050 Euro pro Quadratmeter und das geht teilweise bis zu 8.000 Euro hoch. Also diese Variabilität ist genau das, was du ansprichst. Du hast eine Bude, die ist einfach wirklich eine Bude, wie wir im Ruhrpott sagen würden und dann hast du echt eine Dachgeschoss-Wohnung in den Top-Lagen Schönebergs mit wunderschöner Dachterrasse, geiler Aussicht und das sind dann schon die Top-Wohnungen auch Berlins. Also da wohnen dann auch wirklich die eher Leute, die sich das auch leisten können. Also ich, entschuldige, ja. Nee, ich glaube, worauf das auch, also das trifft in Schöneberg auf jeden Fall zu, aber mir fällt jetzt ein Bezirk ein, das ist tatsächlich der, über den ich auch als nächstes mit dir gerne gesprochen hätte, wo das halt noch krasser ist, glaube ich, so ein bisschen. Und zwar Steglitz-Zehlendorf. Steglitz-Zehlendorf ist irgendwie so ein bisschen dafür bekannt, irgendwie, es gibt Villenviertel, es gibt irgendwie sehr, sehr viele Sehenswürdigkeiten, irgendwie sowas wie die Schlossstraße, das Schloss Berlin, wo man schön einkaufen gehen kann. Es gibt irgendwie den Grunewald, was ja so, sage ich mal so, das Nonplusultra ist in Berlin, wo auch viele Fußballer oder sowas wohnen. Ich muss jetzt übrigens für irgendwie und sage ich mal noch mal vier Striche machen. Aber du hast natürlich, es ist Zehlendorf, natürlich auch, sage ich mal, für den Berliner JWD, so ganz weit draußen heißt das, also ganz weit draußen am Arsch der Welt, wo natürlich auch die Mieten jetzt nicht so hoch sind oder auch die Quadratmeterpreise nicht so hoch sind, wie jetzt zum Beispiel nach Schlossstraße in Steglitz. In Zehlendorf, ja, bist du sicher? Also ehrlich? Ja. Ja, weil Zehlendorf für mich eines der, also jetzt aus Immobilien-Sicht, gut, es gibt verschiedene Viertel. Wir haben jetzt gerade eine Wohnung in Zehlendorf verkauft. Die war nicht so hochpreisig, weil auch unsaniert und nicht groß. An sich aber die Villen Zehlendorfs würde ich auch sagen, da ist so genau, wie du richtig sagst, so eine wahnsinnige Spanne. Aber da erlebe ich Zehlendorf jetzt als Zugezogener, als eher Luxus behaftet, ist immer so mein Eindruck. Also immer wenn es um Zehlendorf geht, ist das so die Ecke. Also ich habe, da kommen wir zum Schluss zu, beziehungsweise kommen wir da gleich schon zu. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt und einfach mal so ein paar Statistiken rausgesucht und habe mal rausgesucht, was sind so im Durchschnitt die teuersten Bezirke und Viertel in Berlin. Und da kann ich sagen, Zehlendorf war nicht dabei. Also Zehlendorf war auf jeden Fall nicht in der Top 5. Aber mit einer der absolut teuersten Viertel beziehungsweise absolut teuersten Gegenden ist Grüneweite. Grüneweite. Das ist auch... Grüneweite ist grübschen Grüneweite. Das ist... Du bist der Berliner hier. Das stimmt. Wie gesagt, ich habe ja selber in Langwitz, was ja zu Steglitz zählt, auch ein Jahr gewohnt und habe dort auch noch Basketball gespielt in Lichterfelde. Ist übrigens auch JWD. Alles außerhalb der Ringbahn ist, glaube ich, JWD für den richtigen Berlin, habe ich immer so das Gefühl, weil du auf Strand ist. Wenn du da nicht Auto fährst, da gibt es kein Carsharing mehr. Das Carsharing-Gebiet hört vor Langwitz auf. Also das ist schon... Oder in den Ausläufern noch so gerade eben von Steglitz kannst du noch mit dem Carsharing hin. Also das heißt, für Berlin ist das schon ein besonderes Zeichen. Und wenn du da rumfährst, hast du echt alles. Also du hast in Langwitz diese Kopfsteinpflaster, Willenviertel, dann fährst du mit dem Fahrrad Richtung Lichterfelde, angrenzender Bezirk, hast da dann wirklich Industriekraftwerke. Also ich würde sagen, da hätte ich auch gesagt, könnte Ruhrpott sein. Also an der Stelle, es war wirklich so richtig teilweise auch dreckig. Und dann fährst du, kommst aber nach Lichterfelde rein, von Ost rein und auf einmal hast du die Willenviertel und bist dann ja schon kurz vor Dahlem und hast dann ja wirklich so den vollen Punkt Berlins. Dahlem zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das in deiner Statistik aufgetaucht hat, aber ja auch aus meinem Wissen, auch jetzt als Immobilienprofi für Berlin, absolut begehrt. Deutlich über im Schnitt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da kann ich, also spoilern, Grunewald lag zum Beispiel bei im Schnitt 28 Euro den Quadratmeter Mietpreis, was halt schon heftig ist. Ich glaube, der Berlin-Schnitt liegt so bei 17, 17,50 Euro für eine sanierte Wohnung. Für Altbau ist es etwas günstiger, kommt natürlich auf die Quadratmeterpreise an. Also bei unter 40 Quadratmetern sind wir so bei 16 Euro, bei 50 bis 60 Quadratmetern sind wir so bei 13 bis 14 Euro und bei über 90 Quadratmetern sind wir dann wieder teurer. Aber Dahlem ist auf jeden Fall auch vorne dabei gewesen. Und du musst ja auch sehen in diesen Statistiken, ich bin jetzt ja auch sehr stark von den Kaufpreisen gekommen. Du hast ja auch Viertel, wo potenziell weniger Leute mieten und mehr zur Eigennutzung wohnen. Und ich denke, das wird sich dann auch widerspiegeln, wenn man sich dann die Verkaufspreise für eigengenutzte Immobilien anguckt, glaube ich, ist das schon eine starke Diskrepanz nochmal. Also, dass die Verkaufspreise nochmal wesentlich höher liegen im Berliner Schnitt. Das wäre jetzt meine Vermutung, ohne es nachgeschaut zu haben. Ich habe noch zwei Bezirke, die ich noch ganz kurz ansprechen will und dann sprechen wir darüber, über so die teuersten Viertel, die wir in Berlin irgendwie haben, zu mieten. Und die zwei, über die ich jetzt noch gerne sprechen wollen würde, in einem wohne ich mittlerweile. Und zwar ist es Reinickendorf und mich würde mal interessieren, wie du Reinickendorf wahrnimmst. Also, was ist so dein erstes Bild von Reinickendorf oder wie hast du es vielleicht kennengelernt? Ich glaube, Reinickendorf ist der Bezirk, in dem ich am meisten unterwegs bin, wöchentlich, auch durch unsere Lage eben im Norden. Das heißt, wir haben unglaublich viel mit den Ämtern dort zu tun. Und ich würde sagen, mit einem Grinsen, ich kann Reinickendorf nicht greifen, weil es ist so heterogen. Du hast dort Tegel drin. Du hast dann quasi so viele verschiedene Ortsteile, die so ein diffuses Bild ergeben, dass der Bezirk wahnsinnig charmant ist, weil er eben auch so vielfältig ist. An sich merkt man aber auch, das ist auch nicht fließend. Also, du hast schon sehr, sehr klare Grenzen. Du, wenn du von Tegel dann nach Borsigwalde kommst, dann kommst du, fährst du ja schon Richtung Wedding wieder rüber. Das ist dann ja schon, also der Bezirk selber ist Wedding, jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, Wedding ist kein Bezirk, sondern gehört zur Mitte mittlerweile. Genau, Wedding gehört zur Mitte. Bevor ich die Historie wieder durchmische. Und da hast du dann ja die Grenze und dann bist du im Norden, hast du dann ja Frohnau als unglaublich alten, charmanten Bezirk, wo ich aber auch sagen würde, ich würde keinem unter 30 empfehlen, dort hinzuziehen, weil dort nichts los ist aus meiner Sicht. Also, es ist wirklich vom Altersschnitt viel höher. Das Beste an Frohnau, hat man als 16-Jähriger gesagt, ist das DS-Ister fährt. DS-Bahn, rein nach Berlin, ja genau. Dann hast du Hermsdorf, das ist, finde ich, so genau der Hybrid zwischen Frohnau und dann den anderen Stadtteilen. Also, Hermsdorf ist so ein schöner Zwitter zwischen den Stadtteilen, weil du hast alles dort, du hast diese ganz alten, Richtung Frohnau tendierenden Viertel, du hast viel Grün, du hast aber auch die, ich nenne es mal wirklich die normalen Schichten, also nicht diese völlig, das alte Geld, was da wirklich zum Teil auch wohnt, das ist jetzt gar nicht negativ, aber das ist einfach so, dass das teilweise auch wirkliche Blasen sind, in denen sich dann die Leute zum Teil bewegen und auch gar nicht miteinander zu tun haben, obwohl sie da so Grenze an Grenze wohnen. Ich glaube, mit das Extremste, was du in Reinigendorf noch hast, ist das Märkische Viertel. Das Märkische Viertel, wenn es Ihnen zu Hause jetzt nichts sagt, irgendwie hören Sie sich mal die alten Sido-Songs an. Sido ist nämlich dort groß geworden und vor allen Dingen mein Blog, dort beschreibt er mal so ein bisschen, wie es ist aufzuwachsen im Märkischen Viertel. Aber es ist genau das, was du sagst, Reinigendorf ist für mich, ich wohne dort selber und dadurch, dass ich im Norden von Berlin auch groß geworden bin, hatte ich eigentlich, Reinigendorf war immer so mein erster Bezug und viele meiner Freunde kamen tatsächlich da aus Frohnau, weißt du, so diese reichen Ärztesöhne, diese Vorstaatskinder, die da halt gewohnt haben und da haben wir halt gesagt, so das Beste an Frohnau ist wirklich die S1, die uns nach Berlin halt reingefahren hat. Aber in Reinigendorf kannst du halt alles haben irgendwie. Unsere erste Anlaufstelle war immer dann, wir sind immer nach Weidmannsluß gefahren, weil da gab es eine Kneipe, die haben Freitag und Samstag immer zwei Vereine gemacht. Da hast du dir einen Swimmingpool-Cocktail bestellt und hast direkt zwei so eine Riesenvasen bekommen und wenn du die getrunken hast, warst du fertig, um feiern zu gehen. Voll, also das ist ja so die Ecke Nordmeile, da wohnt ein Kumpel von dir. Exakt, exakt. Und das ist auch, also wilde Gegend, ne? Ja. Super spannend. Absolut, absolut. Ne, und genau dort, das ist halt so, also du hast so diese extremen Gegensätze aus wirklich Märkisches Viertel und Frohnau und es ist in einem Bezirk und es ist nur zehn Minuten voneinander entfernt und das ist alles in Reinigendorf und das finde ich macht diesen Bezirk so speziell und ich finde was auch noch spannend ist um mal auf dieses Immobilienthema zu kommen du hattest halt lange den Flughafen den Flughafen Tegel der natürlich auch so ein bisschen dafür gesorgt hat dass Mieten bezahlbar sind im großen Teil von Reinigendorf wegen Einflugschneise und Co und jetzt wo es diesen Flughafen nicht mehr gibt seit einigen Jahren sind halt natürlich einige jetzt davon von Mieterhöhungen betroffen bei mir zum Beispiel im Haus ist es auch so dass wir haben auch eine Partei im Haus die noch einen alten Vertrag haben und die sagen ja wir zahlen echt noch wir zahlen echt noch einen alten Preis dann frage ich ja warum na das war hier mal Einflugschneise und Einflugschneise heißt immer naja Mensch entweder müssen die da richtige Fenster reinhauen oder die müssen die die Miete günstiger machen darüber freuen die sich heute noch dass sie noch diesen alten Preis haben ja das ist und das fände ich auch mal ganz spannend vielleicht die Frage auch an Sie da draußen ob das für diejenigen die jetzt den Tegeler Flughafen wirklich noch genutzt haben ob das tatsächlich nicht sogar besser war weil ich persönlich bin zu der Zeit noch sehr viel geflogen beruflich und ich fand diesen Tegeler Flughafen einfach geil ich habe wie gesagt in Mitte gewohnt ich bin in den Airport Express gestiegen am Naturkundemuseum war in 18-19 Minuten teilweise wenn ich früh oder abends geflogen bin am Gate dann ist Tegeler wirklich noch so man hat die Security im Terminal A zum Beispiel direkt am Gate gehabt das heißt man konnte direkt in sein Gate und hatte keine Global Security wie jetzt am BER ich fliege jetzt auch immer noch öfter vom BER und also ich muss alles Negative bei diesem Flughafen leider bestätigen das Personal ist super nett aber der Rest da muss ich jetzt leider mal klare Kante beziehen ist katastrophal als Berliner triffst du darauf auf der Ohren weil das Berliner Herz hat geblutet als die Tegel zugemacht haben weil alleine dass du da oben in dieses Rondell reinfahren konntest da angekommen bist ausgestiegen hast am besten dein Ticket schon gehabt und du hast direkt eigentlich im Flieger gesessen es ist auch es ist auch wirklich also wenn ich mir dann überlege jetzt wenn man das Thema Klima mal kurz aufgreift ich meine Berlin ist das ja ein heiß diskutiertes Thema wir haben die die Klimaaktivisten hier jetzt letztes Jahr sehr aktiv gehabt und das war in allen Medien und klar ich kann total verstehen dass der Tegler der dort sein Leben lang gewohnt hat und auch sich vielleicht nicht leisten wollte konnte oder auch nicht umziehen wollte weil er dort seine Familie hat und seine Arbeit dass der vielleicht den Flieger irgendwann nicht mehr hört aber dass es natürlich eine Belastung ist und deswegen ja absolut kann ich bestätigen die Mieten und auch die Kaufpreise sind danach enorm gestiegen also das hat man schon auch jetzt im Markt gesehen also dass dort was passiert ist gerade auch viele Entwickler haben ja auch spekuliert Land gekauft dann wurde das ewig nichts weil der BER glaube ich auf dem Indianer Friedhof gebaut wurde und es nie voran ging aber als das dann endlich soweit war keiner konnte es glauben dann haben denke ich viele aufgeatmet andere auch wieder nicht und du hast einfach Thema Klima ich glaube viele fahren jetzt ICE weil sie keinen Bock haben eine Stunde nach nach Schönefeld raus zu juckeln dann zwei Stunden vorher einzuplanen wenn sie Handgepäck fliegen weil sie der Security nicht trauen und dann wiederum den gesamten Weg den du vorher zurücklegst zur Security dann wieder zurück zum Gate auf der anderen Seite zu gehen also logistisch völliger Horror dann kommt das Gepäck zum Teil nicht mit und dann bist du irgendwie zehn Stunden unterwegs und da kann ich auch sechs nach Köln Zug fahren also das ist völliger Irrsinn bin ich zu 100% bei dir und ich glaube da geht es nicht nur uns so let's see du hast noch einen Bezirk gehabt oder nicht korrekt und ich habe gerade überlegt wie ich am besten hinleite und ich würde dir doch ich habe eine eine Frage habe ich vorab noch Nico sorry ich muss sie noch stellen weil ich gerade auf den den Wedding schon zu sprechen kam und ja das Thema Mitte und warum ich da immer struggle ist weil ich ganz oft im Gutachtenbereich alte Grundbücher habe und da sind die Bezirke teilweise noch eben anders zugehörig also da jetzt mittlerweile ist es ja Grundbuch von und dann Mitte und Wedding und jetzt ist es aber ein anderer Bezirk und deswegen frage ich immer ob ich mich dazu weit aus dem Fenster lehne weil ich selber mittlerweile keinen Überblick habe und lieber nachschaue aber kommt der Wedding jetzt oder nicht ich habe mich letztens auch mit meinem besten Kumpel darüber gestritten wozu der Wedding jetzt nun gehört weil er sagt immer ich bin groß geworden im Wedding ich wohne in mir Sonnenbrunnen Koloniestraße da wohnt mein Papa jetzt noch und der hält sich halt für einen richtigen Berliner weil der hat natürlich früher auf dem Pausenhof auch mal die ein oder andere Reihe Bereiche schon gehabt und der sagt immer gewachsen auf Beton so wie die Boateng Brüder ich sage aber der Wedding ist absolut im Kommen und ich glaube der Wedding weil ich selber ja quasi also ich wohne tatsächlich 20 Meter von der Stadtgrenze also zur Grenze vom Wedding entfernt und wenn mich mal ein Mädel fragt wo kommst denn her sage ich immer ich komme aus dem Wedding und nicht aus Reinickendorf weil da sagen sie immer oh ein Wedding stark aber ich glaube das dreht sich doch ab einem gewissen Alter und wenn man und je nachdem wen man beeindrucken will oder nicht kein Kommentar ich bin noch nicht rausgezogen Herr Schepanek ja ja aber ich glaube schon dass das ein Unterschied ist ob man sagt man kommt aus dem Wedding oder Reinickendorf da bin ich bei dir sagst du denn jetzt ich komme aus Brandenburg ich glaube wir hatten schon mal einen Podcast wenn ich jetzt ich fahre Mittwoch ein paar Tage Skifahren endlich wieder in zwei Jahren und da sage ich ich komme aus Berlin nicht weil ich weil ich Brandenburg uncool finde aber teilweise kennen die meisten Brandenburg nicht und wenn ich dann noch da mein Dorf sage was glaubst du wie die Berliner das finden gar nicht gar nicht geil ich fahre auch noch mit Berliner Kennzeichen rum da fragen sie mich auch immer dann fragen sie mich draußen warum ich denn noch ein Berliner Kennzeichen habe das ist so eine kleine Anekdote außerhalb sagt er immer ja ich wohne in Berlin und hier in Berlin sagt er aber ich komme aus Dortmund aber jetzt hast du einen Kölner Akzent gemacht oder Dialekt wie sagt man denn Dortmund einfach Dortmund einfach Dortmund du sagst ja auch nicht Bochum sondern Bochum Bochum ja na geil pass auf nächster Bezirk du brauchst Schwimmflügel weil der Bezirk ist der wasserhaltigste der wasserreichste der wasserreichste ja ich habe jetzt erst überlegt ich war noch schon in Wannsee unten in der Ecke ja aber du kannst vor Ort der ist quasi auch dafür bekannt dass du dort ein Boot mieten kannst oder ein Tretboot oder irgendwie ein Floß Bezirk meinst du ja dann wäre es wahrscheinlich Friedrichshain und ich gehe so in Richtung Rummelsburger Bucht irgendwo die Ecke okay aber das Rummelsburger Bucht ist nicht Friedrichshain jetzt kamen wir wieder die Bezirks- und Ortsteil-Diskussion wahrscheinlich es geht um Treptow-Köpenick ja verdammt okay ist mal nah dran nah dran nah dran und Köpenick da wo die wo dieser rote Fußballverein nachher kommt über den man sich streiten kann weil man selber natürlich Hertha supportet ich meine da wird wir werden jetzt viele lachen zweite Liga und so aber tatsächlich geht es um Treptow-Köpenick und Treptow natürlich dafür bekannt Treptower Park riesige Grünfläche auch in Berlin Treptower Park dafür bekannt der ein oder andere illegale Rave der da mal stattfindet an diesen ganzen kleinen ich sag mal Tümpeln und auch ich glaube schon ein Drogenumschlagsplatz auch in Berlin nicht so stark wie der Görlitzer Park aber auf jeden Fall auch sehr bekannt absolut absolut und genau und es ist tatsächlich von der von der Seenlandschaft noch viel viel sagt man blauer nee blauer sag doch also im Gutachtenbereich sagen wir tatsächlich blau-grüne Infrastruktur okay weil ich war mir jetzt wegen der aktuellen politischen Situation nicht sicher ob man blau sagt wir waren ja schon bei rot und blau im Fußball jetzt kannst du alles tief machen bei blau könnte ja auch ein Zustand sein aber wir sind ja bei blauer Infrastruktur also ja du sagst also es ist relativ grün und sehr wasserhaltig und sehr wasserreich genau darum ging es und tatsächlich muss ich sagen für mich ist es auch nach Treptow so ein Treptower Park eine halbe Weltreise aber ich habe das Glück dadurch dass ich relativ nah am Gesundbrunnen wohne und mich wirklich mal dazu entscheiden sollte Bahn zu fahren dass ich mit der Ringbahn tatsächlich doch relativ schnell da bin und nicht umsteigen muss weil das hat Berlin tatsächlich Berlin hat eine sehr sehr gute Infrastruktur und wir Berliner meckern immer darüber ein Mensch jetzt ist das ABC Ticket womit man überall hinfahren kann schon wieder 10 Cent teurer geworden aber habt euch schon mal in Kopenhagen ein Bahnticket geholt oder irgendwo außerhalb von Berlin ich meine alleine dass du damit zwei Stunden überall durch ganz Berlin rumfahren kannst und dafür glaube ich 3,50 Euro zahlst ist an sich wenn man mal beide Augen zudrückt schon relativ günstig ich weiß nicht wie ist es in Dortmund nach dem Kölner Akzent ich habe gerade den Vergleich gemacht weil du hast ja im Ruhrgebiet einen ähnlichen Ballungsraum ich glaube Ruhrgebiet sind 5 Millionen Menschen Berlin hat jetzt knapp 4 das Problem ist dass die Verkehrsbetriebe eben unterschiedlich organisiert sind also das sind einzelne Verkehrsbetriebe du hast eben nicht die BVG wie hier die übrigens ein großartiges Marketing macht also das da bin ich immer großer Fan von deren Werbespots und so also die machen auch was ich ja finde für ein für was was man so gegeben nimmt was man so als Bürger irgendwie fordert teilweise auch unverschämt machen die echt nochmal cooles Marketing auch um das positiv anzuhauen das zum Beispiel gibt es im Ruhrgebiet jetzt konkret weniger und du hast durch diese ganzen regionalen Organisationen also die Dortmunder Verkehrsbetriebe dann hast du die die Bochumer zum Beispiel die Bochumer wie jetzt der Roboter sagen würde hast du hast du ein komisches Tarifnetz weil was da total nervt ist du weißt nicht genau wann du die Stadtgrenze überschreitest dann musst du eigentlich wieder ein anderes Ticket ziehen das heißt im Endeffekt versuchst du immer Regionalexpress zu fahren weil das irgendwie auch schneller geht dann bist du aber wieder bei der Deutschen Bahn und hier kaufst du also hier hast du den Unterschied bin ich jetzt schon in C oder nicht so das ist immer die große Frage in Berlin muss ich jetzt draufzahlen oder nicht also das ist gar nicht so geil organisiert liegt aber daran dass es halt nicht eine Stadt ist voll kompliziert und in Brandenburg gibt es kein Netz ich bin jetzt mal böse hier ja also in Brandenburg ist es schon schwierig teilweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wenn es nicht die erste Bahn ist die rausfährt ich bin in Brandenburg groß geworden direkt an der Stadtgrenze aber da konntest du froh sein wenn am Wochenende alle zwei Stunden mal ein Bus zum Bahnhof gefahren ist und das Allerschlimmste war für mich dass zwischen 0 Uhr 30 und 4 Uhr 30 keine Bahn zu mir nach Hause gefahren ist also als 16, 17, 18 jähriger Pipel oder auch mit 19 noch wenn ich mal feiern gehen wollte muss ich mir überlegen ob ich entweder zu 0 Uhr nach Hause fahre oder ey ich muss hier noch vier Stunden durchziehen und dann ist es ja oft dass du weißt was ich wenn du zwei, drei Bierchen getrunken hast über deinen Durst dass du um 2 Uhr ja dann sagst ey ich will nach Hause und dein Taxi nach Hause hat dann 70, 80 Glocken gekostet was du ja auch als 12 Klässler nicht hast also das war richtig Krise also da sag ich dir hast du vollkommen recht Brandenburg Bahn und Bus Katastrophe aber ich weiß ja jetzt auch dass du dann immer um 0 Uhr nach Hause gefahren bist ja ich musste auch tatsächlich oft um 0 Uhr zu Hause sein weil bei mir recht streng war zu Recht zu Recht hat sie gut gemacht super ähm pass auf abschließend ähm ich hab mal rausgesucht Statistiken und hab mir mal die drei teuersten Bezirke rausgesucht wir reden aber jetzt vom Mietpreis Mietpreis okay genau wir beschränken uns mal auf den Mietpreis und es gibt natürlich wir haben ja gerade schon darüber gesprochen es gibt natürlich einzelne Viertel wie jetzt beispielsweise Grunewald oder auch Karlshorst kann man hier nennen die irgendwie über dem Durchschnitt liegen so aber es geht wirklich darum wenn wir uns mal den gesamten Bezirk angucken da würde ich dich mal um eine Einschätzung bitten was glaubst du denn welcher ist denn der teuerste boah Mieten bin ich echt nicht gut weil wir uns ja aus Verkaufen spezialisieren und ganz 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 selten mal vermieten ähm da muss ich also vorausschicken dass ich da absolut keine Ahnung habe ich rate wirklich und versuche es mal logisch dass ich sage es gibt sicherlich zum Beispiel Karlshorst hätte ich niemals gedacht dass das so weit oben mit rangiert ähm obwohl es sehr schöne Gegenden da gibt ähm ich würde überlegen wo gibt es die meiste Konkurrenz also wo wollen die meisten auch hinziehen wo sind auch viel mehr Mietwohnungen das ist auf jeden Fall innerhalb der Ringbahn deswegen bin ich sehr sehr stark beim Prenzlauer Berg weil da weiß ich dass die Mieten verhältnismäßig hoch sind wir haben teilweise da schon für über 20 Euro den Quadratmeter auch vermietet und da haben trotzdem noch 30 Leute angefragt die sie sofort genommen hätten ähm das wäre mein erster Vote mein erster Vote geht auf den Prenzlauer Berg Prenzlauer Berg ist auf jeden Fall in der Top 3 allerdings auf Platz 3 ja spannend okay und der Berliner sagt so ein bisschen ja Prenzlauer Berg ist eigentlich ganz beliebt bei Zugezogenen da machen wir auch tatsächlich viele Jokes und Sprüche drüber irgendwie so ganz bekannt irgendwie was hat ein Schwabe was ein Berliner nicht hat ja eine Eigentumswohnung im Prenzlauer Berg also das ist natürlich so bei Berliner recht verrufen du hast irgendwie Berlin du hast Spandau und du hast irgendwie Stuttgart und Stuttgart ist irgendwie Prenzlauer Berg weil die meisten halt es ist ja auch die Schwabendichte ist da enorm hoch dann würde ich als zweiten Tipp hatte ich jetzt überlegt Charlottenburg einfach weil es generell immer teuer ist und hochpreisig also Charlottenburg wäre mein zweiter Tipp gewesen Charlottenburg Wilmersdorf ist tatsächlich auf Platz 4 verdammt ich habe keine Ahnung es bestätigt sich ein bunten Mix aus Shopping und Kultur und hast natürlich auch wunderschöne Altbauwohnungen hast aber auch in Charlottenburg Wilmersdorf einige sage ich mal Gegenden wo der Preis nicht ganz so hoch ist die das Ganze sage ich mal minimal runterziehen dass es für die Top 3 nicht gereicht hat okay wir haben noch Platz 1 und Platz 2 zu vergeben und du darfst gerne nochmal weitermachen ja wahrscheinlich ich habe jetzt auch gerade überlegt weil du sagst der Durchschnitt und das sind ja teilweise sehr große Bezirke und Ortsteile das heißt du hast natürlich auch nicht so gute Gegenden dementsprechend wahrscheinlich ziehen die den Schnitt auch runter deswegen überlege ich gerade welchen kleinen Ortsteil man auch nehmen könnte wo einfach so wenig Immobilien im Verhältnis stehen zur Miete die das dann oder vielleicht Ortsteile die zwar nicht unbedingt klein sind aber die wirklich so viele Szeneviertel haben so viele Szeneviertel dass die halt einfach den Preis so hoch treiben das ist halt quasi im gesamten ja deswegen war ich ja auch bei Charlottenburg gerade schon dann bei Szeneviertel woran denke ich denke als allererstes an Friedrichshain Simon Dachkiez die Touristen Hochburg und auch das Viertel Boxhagener Platz und Co tatsächlich bist du da mit auf Platz 2 Friedrichshain und auch tatsächlich Kreuzberg bist du gerade Kreuzberg ist ja sehr sehr beliebt mittlerweile ja Bergmann Kiez bei Künstlern bei Musikern oder auch bei wirklich ich sag mal A-Promis die leben irgendwo Friedrichshain Kreuzberg schön Dachgeschoss ganz oben schön ausgebaut 150 200 Quadratmeter und das ist halt teuer ist ja auch ist ja auch toll und das war eben auch mein Punkt jetzt bei Kaufpreisen da hätte ich hätte ich wahrscheinlich hoffentlich besser getroffen ja bei Mieten ist das immer schwierig weil das Klientel auch viel kauft also aber es gibt auch viele die wirklich auch fünf Jahre hier in Berlin sind und die für 4000 Euro teilweise im Monat mieten also 4000 Euro all in dann das ist schon irre aus meiner Sicht also das sind dann auch wahnsinnig tolle Penthouse Dachgeschosswohnungen die hast du auch auf Platz Nummer 1 und ich werde dir jetzt Platz Nummer 1 verraten Platz Nummer 1 ist das Herz der Hauptstadt sagt man sozusagen und du hast auch gesagt dass du dort schon selber gewohnt hast ist Mitte ja es ist Mitte du hast dort natürlich so Gegenden wie das Brandenburger Tor alles rund ums Brandenburger Tor du hast den Alexanderplatz rund um Sohaus Torstraße du hast extremst extremst teure Gegenden in Mitte also ich habe noch die den Schnitt so hochziehen dass es dann nicht für Platz 1 gereicht hat ich habe gerade ich habe gerade wirklich überlegt noch so was sind die die Innenviertel ich glaube Fischer Insel ist ein riesen Ding in Mitte da sind tolle Wohnungen tolle Gegend da würde ich auch hätte ich das nötige Kleingeld und würde in der Stadt wohnen dann wäre das glaube ich so die die erste Anlaufadresse in Mitte ich würde zum Beispiel nie unter die Linden ziehen also das wäre so also ist mir einfach viel zu viel los mit Demos und Publikum und Public Viewing und das wäre das wäre irgendwie kein kein Inbezirk aber die Ecken dahinter die Richtung Checkpoint Charlie Kreuzberg runterführen die sind schon das sind schon echt geile geile Gegenden ausrichtung Anhalter Bahnhof die Friedrichstraße klar genau die ja zum Beispiel Potsdamer Platz würde mich kein Mensch hinkriegen also da könnte mir man eine Wohnung schenken da würde ich nein sagen das ist mittlerweile echt schon belebter und cooler das ist aber so ein Ding was aus meiner Sicht so klinisch aus dem Boden gestampft wurde mittlerweile viele Hochhäuser und es kommt also je öfter ich jetzt da bin mein bester Kumpel arbeitet jetzt da im Sony Center haben die jetzt ihre Büroräume und das ist schon mittlerweile cooler aber da gibt es halt auch so Richtung Gleisdreieck runter also kurz bevor es Kreuzberg wird wo es noch Mitte ist da sind schon einige coole Gegenden aber krass also das hätte ich ich hätte wirklich den Prenzlauberg vor Mitte gestellt ja der Berliner nicht da habe ich heute auch noch was gelernt danke Nico du ich will abschließend diesen Podcast bevor wir sagen tschüss bis zum nächsten Mal würde ich dir noch eine Frage stellen und zwar ganz spontan aus dem Bauch heraus was ist dein Lieblingsort dein Lieblingsplatz in Berlin wo sagst du hier fühle ich mich wohl oder wenn du jetzt wenn ich dich jetzt einladen würde und sage komm wir fahren jetzt nach Berlin wo würdest du mit mir hinfahren ganz spontan tatsächlich Mitte in seiner Gesamtheit ja Berlin Mitte schön irgendwie was essen gehen oder alles feiern essen ich wüsste jetzt für alles eine Location für alles also aber auch weil ich da eben mich am meisten bewegt habe und ja ne um es kurz zu machen es ist Berlin Mitte spannend wenn sie da zu Hause jetzt noch dran sind oder dran geblieben sind würde uns mal interessieren was wäre denn Ihr Spot wo würden Sie denn sagen da würde ich jetzt spontan hinfahren ähm schreiben Sie uns das gerne mal in die Kommentare oder schreiben Sie uns das bei Instagram per Nachricht da können wir gerne mal einen Exkurs starten und würden einfach in der nächsten Folge wenn wir in dieser Konstellation beim nächsten Mal zusammensitzen einfach mal so ein bisschen darüber reden wo fühlt sich eigentlich unser Zuhörer oder unsere Zuhörerin wohl Jils was war mir ein Fest oder wie der Berliner sagt das war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir heute wieder ich würde sagen wir haben es für heute ähm vielen Dank für deine Offenheit ich muss sagen ich war überrascht wie du wirklich ich sag mal dich so langsam eingebürgert hast in diese Stadt wie wenig Ahnung ich dann doch noch habe ne tatsächlich äh du hast über die verschiedenen Viertel gerade so über Schöneberg und Co echt ganz gut Bescheid gewusst äh hat mich als Berliner beeindruckt ich sag danke und freue mich aufs nächste Mal ciao Nico Arrivederci und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal